Jo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge. SELDEFIGHT 3, also auf deutsch Schattenkampf. SELDEFIGHT 3, also auf deutsch Schattenkampf. Ich liebe den Sound, tut mir leid. Aber 147 Mbps ist echt nicht viel. SELDEFIGHT 3, also auf deutsch Schattenkampf. 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 SELDEFIGHT 2, also auf deutsch Schattenkampf. SELDEFIGHT 3 und auch auf deutsch Schattenkampf. SELDEFIGHT 4, also in Ins Este Rod, SELDEFIGHT 4, also auf deutsch Schattenkampf. Vielen Dank. Vielen Dank. Fuck, crap. Okay. leichter siebel würde ich einfach nie verbessern okay und wieder Geld ja das kostet gewinne 2 duelle täglich also heute und morgen da brauche ich 29 da brauche ich 27 und da keine ahnung das ganze unter ja 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 da habe ich oben drei dinge und also ganz oben ja 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 da muss ich mich aufrüsten krank den hab ich ja auch naja wenn ich den verbessere der ist dann krank ok mit 2 und das sind einfach nur die mission das sommer war dafür ja aber am meisten freut mich auf den da das wahnsinnig ich muss eigentlich höher als er sein ja nicht ich mache dann hier dann hier kann man so machen einfach Okay Oh Oh, a dastard Satten Energie Oh Auf jeden Fall Kopf habe ich elf mal getroffen, geil Schattenfähigkeit habe ich drei verwendet Ehe gut Oh 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 Kriegherr Held Meister Legende Wenn ich auf Legende safe, dann Okay, ich muss noch eine Runde machen Ich bin besser als er Oder als ich keine Ahnung Ihr Schreck Ich bin besser als er Ich kann nicht mal meine Fappen Einfach Nee Das Ich bin besser als er Ich bin besser als er Ich bin besser als er Okay. Okay, den nächsten habe ich gewonnen. Geil. Ich habe beide gewonnen. Gut. Ich kann das mal zusammenrechnen. Ui. Gewinne zwei täglich. Okay. 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 um money so 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 ich könnte den auch verbessern ich könnte den auch Ja, du magst mal, was kommt dann. Was kommt denn mit dieser satten Schönheit, wenn ich sie nicht mal verwenden kann? Was kommt denn mit dieser satten Schönheit? Die kann ich noch nicht nehmen, weil ich kein Abonnent abgeschlossen habe. Aber so geht es, ich mach nicht den da, sonst muss ich mich anstrengen. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen, lasst einen Abonnenten herüberwachsen auf meinem Kanal. Also auf gut Deutsch, gib ein Abo, liken nicht vergessen, Glocke aktivieren auch nicht vergessen. Und ein Kommentar hinterlassen. Ja. 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 Ja.